Ach Mensch, wo bist denn du? Moment. Keine Ahnung, ob das jetzt nicht mehr geht mit der... Ich glaube, ich muss hier das entkoppeln mit dem Gegner. Irgendwie habe ich das so im Gefühl. Mal gucken. Ah, dieses Gegner-Nurl ist echt total genial. Gerade jetzt, wenn ihr diese Draw-Points holt, führt halt keinen Weg drum herum. Weil man so viel rumläuft und so viel anklickt, dass man sich dumm und dämlich kämpft. Und ich glaube, die Viecher sind auch nicht gerade die leichtesten. So, also zwei Kämpfe probiere ich noch. Wenn es dann immer noch normale Kämpfe sind, dann muss ich wieder Gegner-Nurl dran machen. Da hat das keinen Unterschied gemacht. Ja, eigentlich kam das Viech immer recht schnell. Und ich weiß aber, dass man hier um dem Grat auch immer rumlaufen muss. Und der Ecclade-Ebene. Ja, Ecclade. Was auch immer. Jetzt ruckelt das schon wieder. Ich habe gerade eben geguckt, da ist echt nichts an, was das irgendwie Probleme machen könnte. Naja. Ach, komm. Ufo. 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 So, so, so. Ah, Diabolos. Also ich muss mal gucken, was der Alexander eigentlich gerade so lernt. Ähm. Das kann ich so lassen. Und der lernt. Der muss Medizinkunde lernen, verdammt nochmal. Wichtig, wichtig. Das ist nämlich auch eine Quest, die ich dann machen will. Achso, da fällt mir ein, ähm. Ich wollte ja die Karten machen und dann wollte ich mir noch zwei GFs holen. Drei GFs sogar. Und, ja. Spiel. Wollte mir noch drei GFs holen und da brauche ich halt auch diesen, diesen, diesen Dingens für. Was ist denn hier los? Brauche ich Medizinkunde und, ähm, was war es noch? Medizinkunde und, ich habe es mir aufgeschrieben. Medizinkunde, ach, und Medizinwandler. So, ich werde jetzt das mal wieder ankoppeln, weil ich glaube, das hat echt nichts gebracht. Koppeln. Und statt HP-Bonus wieder Gegner 0. Ah, ja. Ach, wisst ihr was? Ich mache das Offscreen und sobald der Kampf erscheint, werde ich euch wieder reindrücken. Bis gleich. Ciao. So, da bin ich wieder. Ich habe gerade gesehen, ich habe einen ziemlich blöden Fehler gemacht. Und zwar habe ich was übersprungen. Ich müsste jetzt nach oben, also nach Norden, in den Grandi-Dierry-Wald. Grandi-Dierry-Wald oder so ähnlich. Der muss hier irgendwo sein. Der ist irgendwie beim Shokobo-Heiligtum oder so. Und da muss irgendwo ein Ufo stehen. Das habe ich ehrlich gesagt gar nicht mehr in Erinnerung. Moment, was stand hier nochmal? Sekunde, Sekunde. Bla, bla, bla. Mhm, 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 mhm. So. Auf dem nördlichsten Plateau des Grandi-Dierry-Waldes. Okay, mal gucken. Oder mal gucken. Hier muss ja irgendwo auch das Shokobo-Heiligtum. Das wird wohl das hier sein. Ach, genau. Das Ufo müssen wir jetzt besiegen. Also das ist die Chance, wo wir es besiegen müssen. Das habe ich irgendwie total verallt. Keine Ahnung. Zwei Schläge, glaube ich. Ja. So, und jetzt ist natürlich die Szene, was ist mit dem Piloten? Das heißt, jetzt müssten wir nach Balamb, dort da um den Grat herumlaufen, bis das Viech kommt. Ich habe mich jetzt aber zwischenzeitlich nochmal informiert, wie viel Elixier ich eigentlich brauche. Und habe herausgefunden, dass es fünf Stück sind. Jetzt habe ich dummerweise nur zwei. Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Elixier zu bekommen. Also die mir jetzt bekannt sind. Das ist einmal mit Tomberi die Ability Shop zu haben. Ich gehe mal gerade drauf. So, mit Ability Shop halt. Jetzt habe ich aber dummerweise da noch gesehen. Ha, habe ich noch gar nicht gelernt. Toll. Egal. Oder halt, weil wenn man den Shop hat, dann kann man den jederzeit kaufen, den Kram. Oder man lernt mit Alexander Medizin Kunde. Ja, das habe ich auch nicht. Also wäre für mich jetzt die Möglichkeit üben, trainieren, dass ich die AP voll kriege. Oder erst mal ein anderes Quest machen. Da ich ein bisschen faul bin, mache ich jetzt erst mal ein anderes Quest. Und das andere werde ich offscreen heute Abend oder so machen. Wenn ich halt nicht mehr aufnehme. Gut. Wir werden jetzt das Quest mit dem See machen. Das ist um Timber herum. Hier. Moment, ich glaube meine Mieze Katze will raus. Nee. Ich muss mal kurz die Katz rauslassen. Sekunde. Ich muss mal zuschließen, dass ich ein bisschen Ruhe habe. Die ganzen letzten Tage habe ich mir gesagt, du nimmst mal auf, du nimmst mal auf. Wollte ich auch wirklich machen. Und dann war Silvester. Da kannst du ja nicht einfach irgendwie verschwinden. Wenn du ein kleines Kind hast. Und ja. Auf jeden Fall habe ich gesagt, so heute nehme ich aber wirklich auf. Und da brauche ich einfach nochmal vor sich hin zum Guten Tag, lieber Mensch. Ein schönes Lied. Das ist etwas Großes. Und jetzt? Rast auf einer Eisenbrücke. Was das wohl bedeuten mag? Auf dem Berg, wo sich die Grotte mit dem See befindet. Die Grotte mit dem See? Soll auch etwas sein. Auf der Insel südlich von Timber soll auch etwas sein. Ja. Egal. Ich weiß ja, wo es hingeht. Wo war ich denn jetzt gerade stehen geblieben? Auf jeden Fall wollte ich dann wirklich aufnehmen heute. Und ja. Deswegen habe ich mich gerade eingeschlossen. Meine Katzi scheint aber schon wieder krank zu sein. Die kriegt irgendwie sehr, sehr, sehr oft tränende Augen. Die sind dann richtig rot, blutrot unterlaufen. Und Tränen ohne Ende. Aber selbst der Arzt kann da nichts machen. Das ist echt doof. Ich habe den schon so oft darauf angesprochen. Und das kann ja sonst was sein. Eine Binderhautentzündung oder was weiß ich. Kann nichts machen. Toll. Ich habe übrigens 200 Euro umsonst wegen Kastration ausgegeben. Also ich habe die zweimal kastrieren lassen. Und die ist immer wieder rollig geworden. Das ist schon eine krasse Katze. Nein, Güte. Wir müssen jetzt nach Dollet. Dollet. Nordwestlich davon ist ein Wald, der vom Berg umschlossen ist. Und da soll irgendein Affe sein. Kann das sein? Ah, warte mal. Ein Stein werfen? Sing? Sing. Das ist ja grässlich. Der Affe verschwindet im Wald. Einen Stein werfen. Egal. Wir haben ja diese Aussprüche von dem, was auch immer das ist, gehört. Und, ähm, sie, ich muss nur gerade mal gucken. Ja. Naja, das haben wir ja gemacht. Auf jeden Fall müssen wir jetzt verschiedene Orte ansteuern. Das haben wir ja schon gehört von diesem Viech. Müssen wir jetzt hier auf diese langgezogene Insel zum Beispiel. Glaube ich. Glaube ich. Kann das sein? Warte, man nehme ich überhaupt auf. Verwirrt. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Das ist ja peinlich. Okay, ähm, das muss die Monday-Küste sein. Ja, das ist auch richtig. Ähm. Da müssen wir mal schauen. Aber was soll ich denn da suchen? Ist da ein Kampf? Muss ich X drücken? Ich weiß es gerade gar nicht. Oder doch die andere Insel? Ah, nee, das muss das sein. Nee, die Insel ist das. Nee, warte mal. Das ist Norden. Das ist die nördliche Richtung. Über der Brücke. Also doch hier. Ich drücke jetzt einfach mal X. Irgendwas wird ja passieren. Hoffe ich. Oder. Ups, nicht ins Schiff rein. X, 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 X. Nichts passiert. Gibt's hier gar nicht. Wir sehen uns gleich nochmal. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen kurz ins Bad gehen. Ah, bis gleich. Ciao. Okay, wieder da. Ähm, ja. Dummerweise habe ich auch nochmal gesehen, dass ich glaube ich hier an die Küste muss. Ich muss ja an die Küste. Naja. Das andere hier ist zwar auch Küste, aber was soll's. Und ich glaube, ich hoffe, hier jetzt irgendwo was zu finden. Na, nicht so ruckeln. Also entweder echt nur lang laufen oder X drücken. Ich probiere jetzt mal beides. Irgendwann wird ja mal was passieren. Ich hoffe, dass es jetzt wirklich das Richtige ist. Nicht, dass sie doch nur eine Insel meinen oder so. Irgendwas muss hier sein. Na? Ah, ja. Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich Nebenquests nervig finde. Ausgehört dazu. Irgendwo mache ich sie ja schon gern, aber wenn das nicht klappt, dann dreh ich durch. Na, la, la. Stein, wo bist du? Ach komm. Ansonsten gehe ich dann erst mal zu einem anderen Ort gucken. Irgendwo muss es ja sein. Da ist auf jeden Fall mal die Ragnarok. Ich glaube, ich gehe erst mal woanders hin. Irgendwie nervig. Ja, ich gehe erst mal woanders hin. Ja, das nächste, das andere, das Balamp gewesen. Wir sehen, vielleicht finde ich hier erst raus, was ich da jetzt genau machen muss. ob es echt nur klicken ist oder kann ja nicht sein, dass es so schwer ist. oder muss ich mir diese ganzen Sachen nochmal anhören? Ja, verdammt. Okay, okay, okay. Wir haben ja Zeit. Das werde ich aber offscreen machen, dass ich muss ja die ganzen Parts dann zusammenschnippeln und so weiter, dass man nicht zu viel Zeit verlieren, ihr dann da rumhockt und mir ihr meine Fehlschläge seht. Deswegen, naja, bis gleich. in großartig. Bis gleich.